Jo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute wieder mal mit einer kleinen Ausgabe direkt mit News aus Nürnberg. So langsam geht's wieder los. Es gibt viel, viel mehr Veranstaltungen jetzt nach dieser ganzen langen Pandemie. Überall gibt's Events, Partys, Festivals kommen bald wieder. Und genau, da gehen wir heute auch nochmal kurz drauf ein. Bevor es aber so weit geht, ein ganz krasses Ereignis. Und zwar kommen wir direkt mal zu der ersten Schlagzeile. Historisch bedeutende Globus. Nürnberg bekommt ein UNESCO-Welterbe. Ist das krass, meine Freunde? Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon irgendwie gelesen oder in den Nachrichten gesehen. Das hier ist der wohl älteste Globus der Welt, das Exponat. Nürnberg ist nun Weltdokumentationserbe. Nürnberg ist um eine Attraktion reicher. Der älteste Globus der Welt ist von der UNESCO geehrt worden. Dabei war er schnell nicht mehr aktuell. Er ist der älteste erhaltene Globus der Welt und nun auch Weltdokumentenerbe. Die UNESCO hat den rund 530 Jahre alten Beheim-Globus aus Nürnberg neu in ihre Liste aufgenommen. Mit seinen hunderten von Piktogrammen und Ortsbezeichnungen, kleinen erzählerischen Texten, Herrscherbildern, Wappen, Fabelwesen und exotischen Tieren vermittelte der Globus ein enzyklopädisches Bild des geografischen und historischen Wissens. Am Ausgang des Mittelalters teilte die deutsche UNESCO-Kommission am Donnerstag mit. In diesem Jahr waren 64 Dokumente nominiert, über die der Exekutivrat der UNESCO während seiner Tagung in Paris zu entscheiden hatte. Darunter befanden sich vier Vorschläge aus Deutschland. Neben dem Beheim-Globus auch die um 1300 begonnene Liederhandschrift Sammlung Codex Mannes der Universitätsbibliothek Heilberg. Dokumente zur Geschichte der Hanse unter anderem aus Deutschland und Karolinksche Handschriften aus der Hofschule Kaiser Karl des Großen, die in Deutschland und anderen Ländern bewahrt werden. Große Freude in Nürnberg über Ehrung für Globus. Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg war am Donnerstag die Freude groß. Ist der Beheim-Globus doch eine der Höhepunkte in der Sammlung? Die weltberühmte Erdkugel sei ein Pionierwerk der Kartografie und des wissenschaftlichen Instrumentenbaus, teilte das Museum mit. Der Nürnberger Tuchhändler Martin Beheim stellte die Erdkugel zusammen mit zahlreichen Handwerkern nach Angaben des Museums zwischen 1492 und 1494 her. Damals erreichte Kolumbus gerade Amerika. Dieser Teil der Welt fehlt auf der Erdkugel, ebenso Australien. Kaum war er fertiggestellt, war er schon veraltet. Dennoch sei der Globus mit Blick auf die Diskussion um den Postkolonialismus hochaktuell, sagte der Generaldirektor des Museums Daniel Hess. Dieser stellte die Welt als globalen Handelsmarkt dar. Er dokumentierte vor allem die portugiesischen Entdeckerfahrten als europäische Leistung und die Kolonialisierung der afrikanischen Küste und zeige eine Welt, wie man sie sich im europäischen Überlegenheitsgefühl vorgestellt habe. Hunderte Texte, Städte, Herrscher, Flaggen, Schiffe, Tiere und Fabelwesen erzählen auf dem Globus davon, wie Europa im ausgehenden Mittelalter die Welt sah. Auf dem Exponat im Museum sind diese nur noch schwer zu erkennen, wegen Alterungen und mehrfachen Restaurierung. Die Details lassen sich aber auf digitalen Aufnahmen im Museum studieren. Außerdem soll es in der Ausstellung ein 3D-Modell geben, das Besucherinnen und Besucher auf einem Bildschirm betrachten können. Krass, oder meine Freunde? Lass mal gucken, ob wir Beheim Globus. Vielleicht finden wir noch krasse. Kipp mal. Wikipedia-Artikel gibt es auch schon zum Beheim. Wow. Schaut mal, das ist der Beheim Globus. Mhm. So, da haben wir einmal den Beheim Globus, finden wir Videos zum Beher-Art, vom Erdapfel-zu-App. Hochinteressant, er ist ja nach dem Nürnberger Seefahrer, Kaufmann und Händler Martin Beheim benannt. Wir sehen es hier, über 2000 Ortsnamen, insgesamt sind da drauf, 100 Bilder, was... Krass, oder meine Freunde? Nürnberg, Special-Sachen aus Nürnberg, die sonst woanders nicht gibt. Krass, oder meine Freunde? Ich finde es immer wieder so krass, was es alles in Nürnberg gibt. Dann müssen wir demnächst mal... Machen wir mal eine Folge, in der wir nur Dinge auschecken, die als erstes in Nürnberg passiert sind. So, meine Freunde, soviel zum ältesten Globus der Welt. So, meine Freunde, jetzt geht es weiter zu einem Event, das uns bald bevorsteht. Die einen freuen sich, dass es kommt, die anderen nicht so sehr. Vielleicht freuen die, die sich normalerweise freuen, auch nicht mehr so sehr, weil es jetzt einfach super teuer wird langsam. Aber die Rede ist von Rock im Park, meine Freunde. Am 2. Juni geht es los. Oh Mist, das ist ja schon voll früh. Rock im Park 2023. Spielplan steht fest. Drei Absagen, neue Bands und Ticketpreise. Rock im Park kann auch 2023 in Nürnberg wieder tolle Bands bieten. Am 2. Juni geht es los. Drei Absagen mussten die Veranstalter verkraften. Jetzt steht der Spielplan fest. Wow, so crazy, meine Freunde. Müsst ihr euch überlegen, hier ist... Ich glaube, so rechts, da vorne ist die Tribüne. Und hier ist die... Es ist eigentlich sick, dass man das da immer feiert. Einer der Höhepunkte im Festival Sommer. Rock im Park 2023. Zusammen mit Rock am Ring lässt das Event in Nürnberg vom 2. bis 4. Juni die Herzen der Rockfans höher schlagen. Wie in den vergangenen Jahren, so wird auch jetzt wieder mit über 70.000 Besuchern gerechnet. Und die können sich auf über 70 Bands freuen. Das Line-Up der Spielplan für die drei Tage in Nürnberg und alles weitere zu Tickets, Parken und Camping haben wir zusammengefasst. Drei Bands mussten ihren Auftritt noch absagen. Ersatz steht aber schon parat. Und damit man als Besucher gut über das Wochenende kommt, sollte man einen Blick auf die Packliste für Festivals werfen. Gerne werden wichtige Sachen vergessen. Drei Bands sagen für Rock im Park und Rock am Ring ab. Ersatz ist schon gefunden. Nicht auf die Bühnen von Rock im Park und Rock am Ring schaffen es Aviva, Bad Wolves und The Distillers. Die Bands haben ihre Touren abgesagt. Doch die Veranstalter der Zwillingsfestivals haben die Lücken schnell geschlossen. Warst du schon einmal auf dem Festival? Schau mal, was ist denn das jetzt für eine Umfrage? Ja, ich gehe jedes Jahr aufs Festival oder nein, ich feiere Premiere und freue mich darauf. Dann mache ich einfach aus Prinzip nein. Mit Hot Milk, The Foxys und dem Warsteiner Band Contest Gewinner Friends Don't Lie wurden die entstandenen Lücken im Programm schnell wieder geschlossen. Inzwischen ist auch geklärt, wie die einzelnen Tage aussehen. Der Spielplan zeigt den Fans, welche Band an welchem Tag in Nürnberg auf welcher Bühne ihren Auftritt bei Rock im Park haben wird. Welche Tickets gibt es noch für Rock im Park? 2023 Early Bird Tickets gibt es keine mehr. Für 199 Euro sind rund 10.000 der begehrten Karten in den ersten Tagen verkauft worden. Die regulären Preise für Tickets. Weekend Festival Ticket ab 299 Euro gültig für alle drei Tage. Day Tickets, Freitag, Samstag oder Sonntag ab 99 Euro. Wer mit dem Auto kommt, der benötigt zum Parken ein weiteres Ticket. Ebenfalls für Camping sind zusätzliche Karten erforderlich. Rock im Park Camping beim Festival in Nürnberg. Zudem Standard Camping für das komplette Wochenende gibt es bei Rock im Park auch noch weitere Optionen, die für die Festivalbesucher für alle drei Tage buchbar sind. Caravan Camping 44 Euro. Utopia Stage Camping Pass für 140 Euro. VIP Upgrade Weekend für 499 Euro. Das VIP Upgrade kostet für jeweils Freitag, Samstag oder Sonntag als einzelne Ticket dann noch 184 Euro. Holy meine Freunde. Da kann man sich auch irgendwo ein richtig geiles Hotelzimmer holen, mit einem Taxi zum Festival fahren. Und spart vielleicht nur 100, 200 Euro. Aber weil wir es jetzt gerade gesehen haben, 199 Euro, die ersten 10.000 Tickets, 60.000, wenn es wirklich 70.000 Zuschauer oder mehr werden, dann müsst ihr mal hochrechnen mit 299 Euro oder mehr, was da an Geld gemacht wird. Und ich dachte mir, es wäre mal ganz interessant, dass man mal ein bisschen zurückschaut und mal guckt, weil das war noch nicht immer so. Früher, die letzten Jahre waren noch viel, viel günstiger. Und ich glaube, ich habe auch noch, wenn ich mich nicht täusche, unter 200 Euro lebt. Also einfach nur, damit man ins Festival kann. Einfach finde ich es krass. Aber schauen wir mal hier. Richtig Frechheit. Fans geschockt von neuen Preisen für Rock im Park. Wucher. Das ist aber noch vom 26.28.22. Bald startet der Vorkauf für Rock im Park 2023. Die Festivalpreise kommen nicht bei jedem gut an. Auf Jodel wurde leidenschaftlich diskutiert. Nürnberg, nach zwei Jahren Corona-Pause, fand Anfang Juni 2022 endlich wieder Rock im Park statt. Das Festival lockte mit Vollbeat, Green Day oder Muse als Headliner. Die Planung für 2023 ist bereits in vollem Gange. Rock im Park 2023. Vorverkauf startet Tickets für 268 Euro. Am Mittwoch um 10 Uhr startet der Vorverkauf für 2023 mit limitierten Early-Bird-Festival-Tickets inklusive Camping für 268 Euro das Stück, schrieben die Veranstalter am Montag, 22. August. Wucherpreise bei Rock im Park. Jodelnutzer diskutieren richtige Frechheit. Das Rock im Park-Ticket für nächstes Jahr kostet in der Early-Bird-Phase 268 Euro. Vor Corona waren es noch 199, davor 169. Moniert eine Person die Preise in einem Jodel-Post. Dazu der Hashtag Wucher. Richtige Frechheit, zumal die Organisation einfach seit Jahren immer schlechter wird, antwortet jemand. Würde denen wirklich gönnen, wenn die mal richtig floppen würden, aber gehen vermutlich immer noch gut genug hin. Dann geh halt nicht hin. Kommentiert jemand dagegen schlicht, andere Festivals sind für nächstes Jahr auch deutlich teurer als sonst. Ob RIP das wert ist, kann ich nicht beurteilen. Zeigt jemand Verständnis für die Preiserhöhung. Mach mal halb lang. So schlimm sei die Preiserhöhung außerdem gar nicht, wie ein Jodelnutzer findet. Mach mal halb lang. Das Ticket hat letztes Jahr auch 238 gekostet und das ist eben 7% Inflation in höhere Energiepreise. Da ist das wirklich keine große Steuerung, sondern absolut notwendig, um die Kosten auch nur annähernd zu decken. Ja, meine Freunde, ihr seht, ich bin schon gespannt. Mich interessiert das ja sowieso nicht, das Festival. Ich freue mich schon natürlich irgendwie danach mal wieder durch Rock'n'Park zu fahren, wieder mal ein klein bisschen einzufangen, wie es danach aussieht. Das heißt, am 5. Frühs, so ist es. Also wer Bock hat und Zeit kommt mit auf Rock'n'Park, müssen wir noch eine kleine Veranstaltung machen. Vielleicht auch ein kleines, ein kleines Cleanup-Veranstalten vielleicht auch noch. Und ich freue mich schon, was ich da alles sehen werde. Ich verlinke euch mal das Video vom letzten Mal Rock'n'Park. Als ich dort war, bin ich nach dem Festival direkt, als das alles, als die Leute schon aufgebrochen sind, mit dem Fahrrad durchgefahren. Ging voll durch die Decke das Video. War richtig geil. Aber, was auch ganz, ganz wichtig ist, man sollte irgendwie grundsätzlich nicht auf diese ganzen Veranstaltungen und die Veranstalter selbst haten. Veranstaltungen, die auch sonst irgendwie vielleicht auch besser laufen, nicht unbedingt irgendwie wegen diesen Preisen und Preisveränderungen sich zu sehr aufregen. Weil wir vergessen vielleicht ein bisschen, wir müssen auch zu Hause gerade momentan mehr zahlen, wir müssen überall mehr zahlen. Und wir können uns dann nicht so irgendwie beschweren, wenn einfach jeder das Gleiche macht, was halt gerade notwendig ist. Strom ist teuer geworden. Dieses Event braucht einfach massiv viel Strom. So, meine Freunde, so viel dazu. Wir checken mal gleich weiter. Es geht, wie gesagt, also momentan ist es so krass, überall irgendwelche Events, irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Jubiläumsfeiern. Letztens bin ich auch wieder irgendwie in Stadeln gewesen. Dann fahre ich gerade irgendwie nach Stadeln zu einem Müllberg, den ich besuchen wollte. Das ist auf einmal irgendwie 150 Jahre Feier von Stadeln. Also überall, wo man jetzt momentan wieder in Nürnberg ist, geht was ab. Und hier, wenn es richtig krass ist, noch bis Sonntag größte Foodtruck-Festival in Deutschland ist zurück. Ja, meine Freunde, hier ein Beitrag vor ein paar Tagen, aber dachte mir, größtes Foodtruck-Festival in Nürnberg. Und was geht ab. In Nürnberg findet noch bis Sonntag eine Großveranstaltung statt. Der Veranstaltter bezeichnet es als das größte Foodtruck-Festival in Deutschland. Seit Donnerstag ist das Foodtruck-Festival in Nürnberg voll im Gange. Das Event feiert sein zehnjähriges Jubiläum mit einer Auswahl an Live-Musik und einem breiten Programmangebot. Von einem Barbershop bis zum Hüpfburgen. Für die kleinen Besucher ist vieles angeboten. Nachdem das Foodtruck-Festival bereits im April 2023 mit seiner Jubiläumstour in Bamberg zu Gast war, findet das beliebte Event nun von Donnerstag bis Sonntag auch in Nürnberg statt, heißt es auf der Website des Festivals. In der Franken-Metropole hat der Veranstalter ein noch vielfältigeres Programm mit besonderen Gästen auf die Beine gestellt. Weitere lokale Nachrichten und Servicethemen aus der Region findest du in unserem Nürnberg-Ressort. Größer, leckerer, abwechslungsreicher Veranstalter lockt mit vielfältigem Programm. Größer, leckerer, abwechslungsreicher Bewerben. Die Verantwortlichen ihre Tour zum Zehnjährigen bestehen neben mehr als 30.000 Foodtrucks, die auch vegetarische und vegane Alternativen anbieten, könnten sich die Besucher auf zahlreiche Aktivitäten neben dem Imbisswagen freuen. Zwischen dem Dutzenteich und der Arena Nürnberg-Versicherung sollen auf dem Jedermanns-Sportplatz Live-DJs, regionale Bands und Solokünstler für insgesamt 30 Stunden Live-Musik sorgen. Abseits der Live-Bühne ist auch für die Unterhaltung der kleinen Besucher gesorgt. Für diese stellte man eine Hüpfburg und Trampoline bereit. Aber auch Kinderschminke und Henna-Tattoos werden angeboten. Die Tattoos seien wiederum auch für die erwachsenen Besucher möglich. An allen Tagen gibt es dann zusätzlich ein Kasperle-Theater sowie verschiedene Acts wie Gaukler und Zauberer, heißt es von Seiten des Veranstalters. Ein etwas außergewöhnlicher Programmpunkt für ein Foodtruck-Festival ist der Barbershop, der auch vor Ort sein werde. Doch das sei nicht nur irgendein Barbershop, sondern Ammers Barbershop, der 2022 mit dem Titel Frankens bester Barber ausgezeichnet worden sei. Außerdem dürfe ein Shisha bei dem Festival nicht fehlen, weshalb die Mille Shisha Lounge auf dem Festival vertreten ist. Das hat mir Kauglo erzählt gehabt. Kauglo, falls ihr Kauglo noch nicht kennt, schicken wir oben ab. Der hat gemeint, er ist ja das Wochenende. Der hat da mal wieder Bescheid gewusst, ne? Und hab ich gar nicht mitbekommen so richtig sonst. Ich hab gedacht, das ist halt so ein kleines Foodtruck-Festival, aber am Dutzenteich geht das immer richtig ab. Ich hätte gesagt, jetzt springen wir noch ein kleines Stückchen vom Dutzenteich ein bisschen nebenan zum Tiergarten, meine Freunde. Ich hab mir gedacht, hier gab es einen kleinen Fact zum Tiergarten. Ja, für alle Zuschauer, lasst mir mal unten in den Kommentaren, was ihr von Tiergärten haltet, ob ihr irgendwie große Freunde von Tiergärten seid. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Hier Drama im Tiergarten. Löwin frisst ihre drei Jungen auf. Löwin Arani im Tiergarten Nürnberg. Auch das ist die Natur. Eine Löwin im Tiergarten Nürnberg hat vier Jungen geboren. Eine starb, die andere drei fraß sie auf. Solche Fälle gibt es im Tierreich öfter. Vor wenigen Tagen war die Freude im Tierpark Nürnberg noch groß gewesen. Die Löwin Arani hatte insgesamt vier Jungen geworfen. Vater war das Löwenmännchen Chiron, mit dem sie sich seit vergangenem Jahr ein Gehege teilt. Eines der Jungen starb schon wenige Stunden nach der Geburt. Nach ersten Erkenntnissen war seine Lunge nicht voll ausgebildet. Der Rest überlebte die Geburt jedoch nicht lange. Innerhalb eines Tages hatten die Löwin alle ihren Nachkommen aufgefressen. Eine traurige Nachricht für den Zoo und ein Verhalten, das auf viele grausam wirkt. Zoo-Tierarzt Hermann Will weist aber darauf hin, dass es sich im Tierreich um ein nicht ungewöhnliches Phänomen handelt. Bei ihrem ersten Wurf ist eine Löwin noch unerfahren zu will. Sie muss erst lernen, wie man Jungtiere großzieht. Deshalb kommt es öfter vor, dass bei Erstgebärenden die Aufzug nicht klappt. Chiron Arani gehören beide zur Unterart der asiatischen Löwen Pantera leo persica. Die Unterart steht auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere in freier Wildbahn kommen asiatische Löwen nur noch in einem Nationalpark in Indien vor. Dort leben etwa 630 Exemplare. Auch deshalb hofft man in Nürnberg, dass es in Zukunft doch noch mit Löwen Nachwuchs klappt. Tiergärten sind so eine Sache, finde ich. Gehe so nicht mehr in den Tiergarten. Ich boykottiere das, muss ich sagen, auch sehr gerne, weil ich mir immer denke, wir würden auch eigentlich ungern in einen Menschengarten gehen. Das wäre auch de facto verboten. Also wenn es einen Menschengarten gäbe, wo Menschen eingesperrt sind, dann wäre das krank. Aber ein Tiergarten ist okay. Jetzt ein ganz interessanter Funfact, weil Nürnberg schon immer sehr special ist, aber manchmal ist es auch bei Sachen special, die es nicht special sein muss. Wenn man jetzt mal hier guckt, Tiergarten Nürnberg, das ist hier ganz interessant. Hier Delfin und Seekühl. Der Nürnberger Tiergarten eröffnete am 13. August 1971 ein Delfinarium, das einzige in Deutschland neben dem im Zoo Duisburg. Neben Vorführungen für die Tiergartenbesucher spielen Zuchtforschung und seit jüngerer Zeit auch die Delfintherapie mit behinderten Kindern als Projekt der Universität Würzburg eine wichtige Rolle. Die Anlage besteht seit einer Erweiterung aus zwei Teilen. Neben dem Delfinarium 1, das unter anderem den Vorführungen dient, gibt es im Betriebshof noch ein Delfinarium 2 als Forschungs- und Aufzuchtstation. Dieser Bereich ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Im Delfinarium werden große Tümmler und kalifornische Seelöwen gehalten. Kritik an der Delfinhaltung. Der Tiergarten Nürnberg hält derzeit 2020 sechs Delfinweibchen. Zwei von ihnen sind Weltfänge, die 1985 und 1990 in Amerika gefangen wurden. Der Zoo sieht sich seit vielen Jahren der Kritik von Tierrechtsorganisationen ausgesetzt. Während zahlreiche deutsche Zoos und Freizeitparks die Delfinhaltung beendet haben, halten die Tierparks Duisburg und Nürnberg an der Delfinhaltung fest. Recherchen zeigen, dass die Meeressäuger in Nürnberg teilweise mit dem Psychopharmakon Diazepam behandelt werden. Jedoch dienen diese Medikationen laut dem Tiergarten ausschließlich zu Transport- oder Schmerzlinderungszwecken sowie in geringen Dosen als Appetitanreger. Eine Dauerbehandlung, um die Delfine ruhig zu stellen, sei nicht nötig kritisiert. Wir hatten auch die täglichen Shows in der Delfinlagune, bei der die Tiere zirkusähnlich Tricks vorführen und bei Musiksprünge präsentieren. Diese basieren jedoch auf natürlichen Bewegungen und dienen den Tieren als Beschäftigung und Bewegungsmöglichkeit. Die Initiative Aktionsgruppe Tierrechte Bayern führt seit November 2019 eine Kampagne gegen den Tiergarten Nürnberg mit einer Petition an den Oberbürgermeister, das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung sowie den Zudirektor fordern sie, die Delfinhaltung auf lange Sicht zu beenden und die Zucht einzustellen. Ja, meine Freunde, letztens mal habe ich irgendwann ein Video gesehen von, das ist das Video, was ich mal gesehen habe, von Moritz Neumeier. Ja, der hat ja über Delfinarien erzählt und dann bin ich ganz erschrocken, weil er ja gemeint hat, dass eben in Duisburg und in Nürnberg sind die einzigen Städte, die noch Delfinarien haben. Was haltet ihr davon? Das ist sick, oder? Es ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar machen, wenn wir irgendwas komisch finden und irgendwie dagegen vorgehen wollen oder zumindest eben Aufmerksamkeit schaffen, das ist auch schon mal ein Vorgehen, dann teilt diese Dinge über eure Netzwerke. Deswegen ist es immer auch wichtig, selbst regelmäßig aktiv zu bleiben, dass man eben immer, wenn einen irgendwas beschäftigt, über Dinge aufklären kann und dann Menschen erreichen kann mit den Themen. Und natürlich leben wir in einer sehr digitalen Zeit, aber sie ist auch sehr analog. Und wir sollten uns immer klar sein, wenn uns irgendwas beschäftigt, dann haben wir alle die Möglichkeit, uns auch mal die Zeit zu nehmen und mal aktiv zum Beispiel an die Stadt zu schreiben, aktiv an einen Zoo zu schreiben oder eben, meiner Meinung nach ist es immer noch sinnvoller, einfach darüber aufzuklären, ein Video zu machen und etwas online zu stellen. Aber wir können eben auch auf Politik zugehen und wir sollten uns alle klar sein, dass wir das manchmal machen sollten. Wir können Politik auch darauf ansprechen und unsere Politiker vor Ort in der Stadt auf die Missstände, die hier vorhanden sind. Und das ist nämlich ihre Aufgabe, würde ich mir mal weitergeben, falls ihr irgendwelche Dinge wie eben dieses Delfinarium komisch findet. Einfach ein bisschen mehr nach außen tragen und aktiv auf Politiker in der Stadt zugehen und ja, vielleicht auch mal in Duisburg weitergegeben. Und falls ihr sagt, es gibt wieder irgendwas Interessantes, was ich noch nicht vorgelesen habe, was ihr sagt, sollte irgendwie jeder über Nürnberg wissen, lasst mir es unten in den Kommentaren mit einem Link zurück, dann kann ich euch das Ganze mal vorlesen. Wir sehen uns in der nächsten Folge über Nürnberg in grob einer Woche und bis dahin noch eine gute Zeit. Jedem Festivalbesuch auf Rock'n'Park viel, viel Grüße und vielleicht sieht man sich, wenn ich dann am Schluss mit einem Radl drüber fahre. So, macht das gut, meine Freunde!